Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir üben weiter die indirekte Rede, den Konjunktiv 1 in der indirekten Rede. Die Verkehrsdurchsage lautete oder lautete oder hat gelautet, der Stau entstand infolge eines Verkehrsunfalls an der Autobahnauffahrt Raststadt-Nord, die Möglichkeit 1, ohne die Konjunktionshunders. Ich habe in der Verkehrsdurchsage gehört, der Stau sei infolge eines Verkehrsunfalls an der Autobahnauffahrt Raststadt-Nord entstanden. Möglichkeit 2 mit der Konjunktion, dass, also jetzt als Nebensatz, achten Sie auf die Stellung des Prädikats 1 und des Prädikats 2. Ich habe in der Verkehrsdurchsage gehört, dass der Stau infolge eines Verkehrsunfalls an der Autobahnauffahrt Raststadt-Nord entstanden sei. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Vielen Dank.